Die Schwäbische Alb erfreut sich großer Beliebtheit. Besonders am Wochenende treffen dort viele Ausflügler aufeinander. Und dabei gilt, gegenseitige Rücksichtnahme vermeidet unnötige Konflikte und Streit in der friedlichen Natur. Deshalb haben das Landratsamt Göppingen und sein kreisweiter Tourismusverband eine Kampagne für Respekt und Toleranz in der Natur initiiert. Diese wird nun auf die Region ausgeweitet. Der Schwäbische Alptourismusverband unterstützt die Kampagne Hashtag Rücksicht macht Wege breiter. Entsprechende Plakate und Flyer sowie Hinweise Wanderparkplätzen sollen das Bewusstsein der Ausflügler dafür schärfen. So möchte der Verband einen Beitrag für ein achtsames Miteinander leisten, heißt es in einer Pressemitteilung.